Das ist die wahre Geschichte über einen Mann, der alles erreichen will. Er kämpft für sein Land. Die Wahl fiel auf Hansi Cornier als neuen Kämpfer. Und gewinnt die Herzen von Millionen Fans. Er führt Südafrika an die Weltspitze. Und mir hat Gott das Talent zum Cricket spielen in die Wiege gelegt. Ich spiele in einem wundervollen Team. Und findet die Liebe seines Lebens. Willst du meine Frau werden? Er erreicht alles. Doch er unterschätzt seine wahren Gegner. Wenn du mir garantierst, dass Südafrika morgen verliert, dann gebe ich dir 30.000 Dollar. Keine Sorge, da kommt schon die Gier durch. Südafrika steht schon heute als Sieger fest. Er gerät in die Fänge der indischen Wettmafia. Sagt Dr. Bache, ich bin raus. Was für ein trauriges, trauriges Ende für die Südafrikaner. Der Verband macht Umsatz und ich verdiene ein Taschengeld. Du bestimmst, was passiert, wenn er die Regeln nicht befolgt. Er hat angebissen. Am Ende verliert er alles. Der Cricketverband von Südafrika erwägt eine offizielle Beschwerde bei der indischen Regierung. Was ist aus dir geworden, Hansi? Weg der Wahrheit. Eine wahre Geschichte über Schuld, Scheitern und Vergebung. Bestellen Sie jetzt Weg der Wahrheit auf DVD. Ganz neu in Ihrer Alphabuchhandlung. Gesang zu Untertitelung des ZDF, 2020